Auf der Inselgruppe Madeira westlich der marokkanischen Küste nahm die Entdeckung Amerikas ihren Anfang. Die Inselgruppe wurde zu Beginn des 15. Jahrhunderts vom Portugiesen Bartolomeo Pestrello entdeckt. Der Legende nach soll er dabei eine Kaninchenplage verursacht haben. Perestrello fand am Strand seltsame Hölzer, die nicht von hier stammen konnten. Er machte Notizen auch über Strömungen und Winde. Sein Schwiegersohn Christoph Kolumbus folgerte daraus, dass das Strandgut aus einem unbekannten Land im Westen stammen musste. Er sollte später tatsächlich Amerika entdecken. Auf der Inselgruppe Madeira westlich der marokkanischen Küste nahm die Entdeckung Amerikas ihren Anfang. Die Inselgruppe wurde zu Beginn des 15. Jahrhunderts vom Portugiesen Bartolomeo Pestrello entdeckt. Der Legende nach soll er dabei eine Kaninchenplage verursacht haben. Pestrello fand am Strand seltsame Hölzer, die nicht von hier stammen konnten. Er machte Notizen auch über Strömungen und Winde. Sein Schwiegersohn Christoph Kolumbus folgerte daraus, dass das Strandgut aus einem unbekannten Land im Westen stammen musste. Er sollte später tatsächlich Amerika entdecken. Auf der Inselgruppe Madeira westlich der Marokkanischen Küste nahm die Entdeckung Amerikas ihren Anfang. Die Inselgruppe wurde zu Beginn des 15. Jahrhunderts vom Portugiesen Bartolomeo Pestrello entdeckt. Der Legende nach soll er dabei eine Kaninchenplage verursacht haben. Perestrello fand am Strand seltsame Hölzer, die nicht von hier stammen konnten. Er machte Notizen auch über Strömungen und Winde. Sein Schwiegersohn Christoph Kolumbus folgerte daraus, dass das Strandgut aus einem unbekannten Land im Westen stammen musste. Er sollte später tatsächlich Amerika entdecken.